Moin Zockerfreunde! Willkommen zu einer neuen Folge Story of Seasons. Oh, es regnet. Tiere lassen wir eh nicht raus. Dann kümmern wir uns erstmal hier drum. So, und wo ist das Ei? Können wir mal gucken. Wie geht's denn der? Freundschaft, sehr gut. Behagen, gut. Generation Erste, anhänglich, nicht trächtig, nicht grasend. Ganz klar. Aufheben. Boah, Tasche ist voll. Das wäre ein Mega-Ei geworden. Tasche ist voll. Das ist so schlimm. Fünfmal Bauholz. Das kriegen wir hin. Ja, Tasche ist voll. Ja! Da. jetzt müsste ich es nur noch mal ein bisschen sortieren dann kommt hier so Baumaterialien rein und in anderen fertig gemachte Sachen zack 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 das kommt da rein das kommt da rein das kommt da rein das kommt da rein die brauchen wir gerade das brauchen wir gerade Gras holen du kommst noch mit rüber du kommst noch mit rüber sind im Endeffekt ja für mich fertige Sachen so ich gehe mal eben ja Ei holen die Kuh melken jetzt sind der fröhlich was für Essen hast du noch Läuft ich spiele manchmal gerade in letzter Zeit ganz schön so 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das soll mal einer verstehen So Schatzspende Keine Gegenstände verfügt... Ach Okay Also Lassen wir es erstmal nur begutachten Eisenherz Eisenherz Okay Eisenherz Eisenherz Silbererz 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 Gut Den hab ich nicht, ne? Tschüssi Ihr wollt das ja alle nicht Ich kann ja mal eben... Wenn ich schon mal hier bin, ne? Hobbyfotograf Gut gestärkt Erfahrener Schürfer Begeisterter Koch Und Genschi Jetzt ist halt die Frage Brauch ich diese Sachen? Also das hier zum Beispiel Roter Rohbarrel Brauch ich das irgendwann oder kann ich das verkaufen? Genauso wie dieses Steinsalz und so Könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben? Bitte Kann ich das verkaufen? Oder Ist es sogar so Ja du kannst es verkaufen Aber du wirst es auch irgendwann brauchen Man kann ja im Endeffekt fast alles verkaufen Kann ja auch Das Gras verkaufen Ihr wisst schon wie ich das mein Sollte ich es aufheben Oder nicht? Bitte mal in die Kommentare Kohleklumpen Da kann man doch bestimmt mal irgendwas mitmachen Oh, warte Ein Pudding, cool So, ach das ist fertiges Zeug Meiner Ansicht nach Oh Nochmal ernten Meine Beete sind weg Ah, Kartoffeln Geil Ja nehm ich die unteren jetzt hier mal eben Und die behalte ich, um zu kochen. Den Rest verkaufe ich. Oh, warte mal. Wer braucht denn wieder 18 Erdbeeren? Äh, aufteilen. Kann man auch mitverkaufen, ne? Oh, jetzt muss ich doch mal wieder was pflanzen hier. So, aber der Kohle leucht langsam, finde ich. Oregano. Oder Oregano. Da streiten sich ja auch immer die Geister. So. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Egal. 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 Ist da noch irgendwas Einzelnes irgendwie? Ne, drei davon, neun davon, neun davon. Ah, das lassen wir erstmal. Schissen. Erstmal warten, bis der... ...dass ich das scheiß andere Ding da bauen kann. Oh! Oh! Ich werde jetzt lass eins. So. So, schon. John Security. Oh, okay? jetzt probieren wir es noch mal ich weiß nicht hier nicht auch fünf wo ist er da ja einen brauche ich noch ist hier in der mache dann kann ich jetzt noch mal gucken ich brauche das andere gras mal ich darf auch noch ein bisschen garen fertigen können Dann holen wir uns das doch. Upsalat. Pestwurz. Die Steuerung ist ein bisschen ungenau. Pestwurz. 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 Ich brauche den Platz nämlich, Kollege. So. Einen noch. Herstellen. Nachdem du den Sprinkler auf den Boden leitest, bewässert er seine Umgebung jeden Morgen automatisch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, acht Pflanzen. Also auf jeden Fall auf dem Bild. Was heißt? Oder bewässert er mehr. Auch gerne in die Kommentare. Doch Stoff kann ich erstmal denen noch weiter herstellen, ne? Sehr schön. So langsam läuft das hier. Schade, dass es nicht mehr ist hier. Aber gut, dann machen wir halt kleine Felder die ganze Zeit mit dem drumherum. Das ist ja eh so der Plan. Ne, das heißt, hier könnte ich das auch nochmal machen. Dann kommt da einer hin. Hier so rum. Und dann machen wir ab hier weiter. Dann müsste ich die immer mal gucken. Dann muss ich die Gurkenpflanzen neu kaufen oder so. Keine Ahnung. Genauso wie die hier. Aber das Neukaufen ist jetzt ja nicht das, was uns aufhalten soll, ne? Oder sollte. Das wird schon passen. Hier ist sonst auch nichts mehr. Gut, es ist 8 Uhr. Irgendwas, was hier... Hier ist ein bisschen was drin. Ein bisschen Geld machen tun wir heute. Kochen wir vielleicht nochmal ein bisschen was. Wir könnten Gemüsesalat machen. Mit Kartoffeln. Tolles Gemüsesalat. Sehr gut, äh, sehr gute Deutsch. Aber egal, ich habe Gemüsesalat hergestellt. Kartoffelsalat, brauche ich Gurken für? Cremige Suppe. Machen wir auch mal? Ne? Dieses Material kannst du nicht verwenden. Warum nicht? Achso. Das meinte er. So. Haben wir ein bisschen was gekocht? Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Gut. Haben wir mal wieder ein bisschen was hergestellt. Guck mal hier, mein Kleiner, komm mal hier. Ja. Ruff, ruff. Gut. Können wir ja demnächst mal ein bisschen sammeln noch und dann mal nochmal in die Mine gehen. Oh, viel Essen. So. Ich geh schlafen? Schon mal. Gucken wir nochmal. Aber eigentlich stand da ja schon, was wir an Kohle gemacht haben. Also steht ja meist in der Kiste. Aber hier wird es nochmal zusammengezählt. Fast 5, 6. Damit kann ich leben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis denne. Fast 5, 6. bis zum nächsten Mal. Tschp ep est Untertitelung des ZDF, 2020